Das Hotel Liberty Central Saigon Riverside liegt in Ho Chi Minh statt Saigon in Vietnam. Das Hotel Liberty Central Saigon Riverside ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 5 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,6 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 5,8 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,7 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.